Das Gold will ich mitnehmen. Ich will ein paar Sachen machen, das Gold sehr wichtig sind. Da ist meine Kiste. Kiste mit Schrott. Und du das mal raus. LOL noch was an Stronghold. Oh, dieses scheiß Tiger. Von einem Zaun. Nein, der hat einen Zaunbestab nicht gegeben. LOL. Ein Bild von vorne dran. Ja, der Kiste. Kristallbogen. Oh, ist fett. Der Kristallbogen ersetze ich. Skalbrust Panzer. Der Kristallbogen. Es ist wichtig. Oh mein Gott, das ist schön. Es ist schön. Es ist schön. Die Fenzile. Ja. Ich kann nicht helfen einfach so. Die Fenzile hinten beträgt nichts. Ich kann machen was ich will, ich komme hier nicht raus. Gut. Die Fenzile. Ich kann nicht die Fenzile. Die Fenzile. Okay. Gold. Geht doch aus dem Weg. Die Fenzile. Die Fenzile. Dann gehen wir auch hier. Die Fenzile. 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 Hier. Und... Oh Mann, Illium. Das ist geil. Leider nicht sehr wertvoll. Aber trotzdem. Es ist geil. Was ist das? Ah, das ist die Fiesta. Pass auf. Falle. . Wir müssen hier runter. Er hat... Oh, er hat die Falle ausgelöst. Wieso löst du die Falle aus? Also ich habe sie nicht ausgelöst. Ich bin ja extra auf die Seite runtergegangen. Ich bin ja extra auf der Seite runtergegangen. Da war es schon runtergefallen. Schmeckt was? Da ist nichts. Okay, gehen wir zurück. Das ist ja gleich in der Nähe. Ups. Oh, hier ist ein Schokoboss. Jetzt schaue ich mal, wie ein Sartel geht. Dann machen wir uns mal kurz ein Schokobomb. So. Ich gehe runter. Ja. Ja. Mach hier Lagerraum. Das ist die Flieze Redox. Nehme ich. Ich weiß nicht, was besser ist. Diamantskarte. Ich behalte sie mal. und lege da meine Sachen rein. Ah ja, ich habe F englisch gestellt, weil sonst beim Verzaubern das Server abstitzt. Okay. Okay. So. Das lassen wir. Hier haben wir mal. Ah ja, da ist der Revolver. Kann man mit dem schon schießen. Schau. Du bist der Nicht-Let's-Player-Player-Desk-Law. Ja. So. Das lassen wir. So. Das ist klar. Immer wenn ich den Rucksack offen habe und dann ihn weglegen will, fliegt er raus. Brauchen wir es dann? Spruce-Wut. Hier rein, alles tun. So. Cool. Ich mag das nicht, ich will doch immer hinten sofort. So, da mal das zeigt sich in einer Truhe, wo man nicht so häufig anklopft. So.